Hallo zusammen, ich bin Jani, das ist der Ridwan. Wir sind Polymechaniker bei der Firma Medmix. Wir zeigen euch heute unseren Alltag. In der Grundausbildung wird mehrheitlich mit konventionellen Maschinen geschaffen. Da macht man noch viel Arbeit von Hand. Später schaffen wir viel auf Computer gesteuerte Maschinen. Die programmieren wir mit spezieller Software am PC. Aus unserem Beruf gefällt mir, dass wir eine vielseitige Arbeit haben und wir Kopf und Hände brauchen, um etwas zu leisten. Wir müssen auch sehr präzise schaffen. Stellen wir euch einen Millimeter vor und teilen den durch 100. So genau schaffen wir, manchmal sogar noch genauer. Es fasziniert mich, wie aus einem einfachen Stück Metall ein so präzises Teig entsteht. Ich habe mich für Medmix entschieden, weil ich an topmodernen Maschinen arbeiten darf. Das Ausbildungsprogramm ist vielfältig. Man bekommt einen guten Einblick in verschiedene Abteilungen. Falls man dieses Interesse geweckt hat, dann verschafft ihr doch selber einen Einblick und kommt bei uns schnuppern.